Hallo, einen wunderschönen guten Mittag hier auf unserem Sonntag. Ja, wie ihr im Hintergrund seht, unser LS-Server, wie ihr seht, es sind nicht die gleichen Mods wie beim letzten Mal. Das lässt schließen, dass Maurice und ich aktuell wieder ein neues kleines Projekt planen für den guten letzten Monat des LS-13, bis wir dann auch wechseln zum LS-17. Aktuell sind wir gerade am Server bestücken mit Mods, mit Map aktuell, oder wir werden die Thüringer Oberland 1988 verwenden. Das ist eine Map, die hat relativ große Felder, das heißt, es wird ein kompletter Gegenteil zum letzten Mal. Uns geht es in diesem Projekt hauptsächlich darum, dass wir ein bisschen quatschen über das, was bisher so im LS passiert ist, worauf wir uns beim nächsten freuen werden, was wir planen allgemein noch so für den LS-17. Also ihr wartet jetzt nicht, dass wir hier mit den kleinen Maschinen anfangen wollen, einfach nur ein bisschen Spaß haben und dabei mit euch ein kleines Röntgen quatschen, was es so Neues gibt, was es Neues geben wird, was wir ändern werden, ob wir feste Projekte planen, die wir dann auch konsequent durchziehen werden und sowas. Das wird alles da besprochen, wir lassen das zweijährige Jahr mit dem LS-13 ein bisschen Revue passieren, wir gucken nochmal, was haben wir so gemacht, was kam so, was werden wir wahrscheinlich im nächsten vielleicht ein bisschen besser machen, was können wir besser machen, was nehmen wir an neuer Technik mit rein, vielleicht gibt es was Neues an Aufnahmeprogramme, was gibt es allgemein Neues, was werden wir jetzt standardtechnisch auf Dauer nutzen, da gibt es ja aktuell vieles, was man neu nutzen kann, wie sieht es aktuell aus mit unserem Kanal, wie läuft der aktuell, läuft der gut, meiner Meinung nach, ich kann mich nicht beklagen für das, dass wir das Hobbymäßig machen und nur machen, wenn wir wirklich Lust drauf haben und so läuft das extrem geil, finde ich gut. Wie sieht es aus mit den Kleinigkeiten, TS, alles was wir bisher so planen, Feuerwehrprojekte sind wir aktuell auch noch dabei, wir haben aktuell noch Arbeiten in der kommenden Woche, wir fahren noch eine Woche nach Berlin, vom 4. bis zum 7. fahren wir nach Berlin, ab in dieser Woche werden wir auch mit dem Projekt starten, das heißt, es wird noch gute zwei Wochen dauern, gute eine Woche dauern, wo wir noch an einem Serverraum bauen, noch Mods hochladen, Mods testen, die Map ein bisschen erkunden, bevor wir dann wirklich mit dem Aufnehmen anfangen, das heißt, ihr könnt euch überraschen lassen, ich weiß selbst noch nicht genau, was kommt, wir arbeiten dran, auf jeden Fall, ihr kriegt noch ein bisschen LS, wir haben eigentlich gesagt, dass nichts mehr kommt, aber komm, da kommt jetzt doch noch eine Kleinigkeit, wir können ja noch ein bisschen durch unsere Mods scrollen hier, wir haben noch so eine Kleinigkeit an Mods hier fertig, wir haben aktuell, aktuell haben wir 1,7 GB wieder für den Server zur, aktuell benutzen wir die, ich bin aktuell noch am Hochladen, wie ihr wisst, wir haben ja 9,7 GB frei auf dem Server, es ist ja ganz angenehm von Gamed, dass du da keine wahnsinnigen Begrenzungen hast, finde ich extrem geil, ja, ich hoffe, euch gefällt das ein bisschen, wir werden ein bisschen quatschen, wir werden ein bisschen ernten, vielleicht auch mal in größeren Dimensionen Ballen ernten, oder Ballen fressen und stapeln, da hat der letzte Mal, beim Lärkauf der Kleinsieler mal gut funktioniert, Maschaloptik hat das auch so gut packt, das heißt, wir sehen uns dann, kurz gucken, am 3. mit der ersten Folge wieder, das heißt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao.